so hi und hallo mal wieder ja ihr habt richtig gelesen und ja ihr seht richtig und ja ich muss meine ganzen starter packs jetzt mal so langsam an boxen sonst sind die so alt dass die nächste serie rauskommt wie gesagt das ist die brandneue und aktuelle fortneiten serie 3 mega starter pack für rund zehn euro mega starter pack 24 karten dabei das bedeutet drei tüten insgesamt 24 karten und das meter starter pack ja ja ist was anderes liegt bestimmt einem mega preis das dazu aber wie gesagt fortland ist nicht so meine welt aber den einen oder anderen gefällt es sehr gut vielleicht dir oder dir oder sogar dir das weiß ich natürlich deswegen weil ich die starter sexy so einige hier liegen habe auch kickers starter setz muss ich endlich mal anboxen bevor sie zu alt werden ihr seht schon in so einem booster tütchen wieder acht karten drin standard dann die sammeln mappe schon fertig das sind die seite reinkommen wo welche karten sind so jetzt weiß ich natürlich nicht hier die aufkleber die nummern gehen bis 540 ich weiß aber jetzt nicht wie viele karten es insgesamt sind die man sammeln kaufen und tauschen kann also das ist nun das offizielle fortneiten serie 3 sammelalbum neuer sieht genauso aus wie die verpackung das dazu aber jetzt kommen wir natürlich zu das wichtigste überhaupt nämlich die booster tütchen der fortneint serie 3 machen es so auf weil die beiden sind doppelt fangen wir direkt hier mit an und ich hoffe euch natürlich karten motive zu zeigen zu können die ihr noch nicht kennt obwohl sie schon etwas länger auf dem markt sind ihr wisst ja das sind einfach nur spielerfiguren alles was so in spiel passiert oder sein wird da andere seite dann waffen muss man sie wirklich haben frage da schreibt ihr natürlich in die kommentare die sieht natürlich ist bronze keine ahnung ob die hochwertiger ist aber ich lasse mal rechts liegen da schreibt immer bestimmt in die kommentare oder so goldig sieht das aus bronze gold sagt moment nichts aber ihr kennt das ganze ja wenn ihr lust zu habt diese fortneint serie 3 zu sammeln oder eure sammlung zu vervollständigen ich versuche es immer unter dem video ein linken zu packen wo ihr sie sicher und bequem ist es immer sicher und bequem ist es immer auf jeden fall günstiger naja ihr wisst es selber was letzte zeit die booster tütchen kosten besonders fortneint oder booster tütchen überhaupt mit acht karten drinnen da sind die preise schon etwas gehobene klasse und das sieht nicht schlecht aus und nun zum dritten und letzten booster tütchen der serie 3 die in der starter pack dino komfort waffen 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 figuren der guckt etwas traurig und die letzte so das weiß ich noch nicht ob das was hochwertig ist aber nichts zu trotz wollte ich endlich mal anboxen die fortneint serie 3 starter pack bevor es zu alt wird wo ihr die serie natürlich sicher und bequem verlinke ich euch unter dem video alles andere schreibt ihr mir jetzt vielleicht wollt ihr ja noch ein paar booster sehen paar unboxing woos das schreibt mir das auch in die kommentare für den daumen hoch würde ich nicht danke sagen aber nichts zu trotz das aller wichtigste natürlich bleibt gesund ihr und eurer familien und dann wie immer bis demnächst guckt hin und schaut zu bis zum nächsten mal